Hallo und herzlich willkommen bei RetroGamble. Ich habe heute das Spiel CSR Racing. Viel Spaß! Okay und da bin ich wieder und es geht los. Hier sind meine schönen kleinen Autos. Was machen wir heute hier? Ich habe nur eine Energie. Warum habe ich nur eine Energie? Das ist immer richtig doof. Alles noch gesperrt. Blau, Silber oder so lassen. Dann lassen wir so. Das ist ja Ferrari. Ferrari muss kaputt sein. Ferrari muss kaputt sein. Hm. Wie komme ich hier wieder raus? Warum habe ich kein Internet? Okay. Ich hoffe es geht jetzt los. Ich bin schon 20 Minuten dabei immer zu installieren. Und irgendwie stürzt er jedes Mal ab. Später vielleicht. Es geht schon wieder nichts hier. Doch, es geht auch was. Ich habe leider keine klare. Immer am Rennen des Tages. Kann ich halt nur ein Rennen machen. Okay, es geht los. Endlich. Oh, nice. Oh, nice. Dann gehen wir mal zur Garage. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Das war gerade ein Video gewesen. Warum, weiß ich nicht. Ich bin ja nur zur Garage gegangen. Ich kann das auch mal und wegkommen. Ich bin ja. Was ist Phillips? Ja. Ach komm schon, du musst gleich schon wieder aufhören. Äh, ehrlich. Oh. Ja. Jetzt schließe ich jetzt das Auto. Garage? Kommt viel in der Werbung? Ne. Okay. Auto kaufen? 6. Ich glaube zwar nicht, dass ich ein Auto kaufen möchte, weil ich habe keinen Platz mehr. Meine Garage ist voll. Wie kriegt man eine größere Garage? Schuhe. Ein Audi. Okay. Free Leder. Fair Lady Set. Ach da, ja. Da ist ein neuer. Oh, der sieht schön aus. Von Fast and Furious. Fast and Furious. Jo. Und wo ist der andere? Der zweite? Ja. 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 Hmm... Skyline Oh, schon Mercedes gewesen G63 Okay, okay Wo ist der zweite neue? Hmmmm NSX ist das Nissan Honda Ah, da ist der andere neue Auch von Fast and Furious Ach, den bin ich gerade gefahren Cool Und Furious gerade bestimmt alle von Fast und Furious Hier geht es mal links lang Der war gerade kostenlos Cool Ja, okay Das ist So ein kleiner Honda Hm Aber immerhin Kostenlos Hier auch Jo Uh, der sieht cool aus Lamborghini Lamborghini Achja Supra So viel Supra So viel Supra Variant Der ist neu Okay Der ist neu Und 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 Da kommt der nächste neue Enzo Oh Oh Ein Ferrari Ich bin ja eher so der Lamborghini Typ sag ich mal Ich finde Ich finde so Lamborghini Eigentlich ein bisschen besser Zwar habe ich hier ins Spiel Nur Ferrari Einen Den alten Den alten Ferrari Was war das F40 Keine Ahnung Und Und Ja Aber ich hätte gern Ein Lamborghini Aber dafür habe ich keinen Platz mehr in der Garage Wir haben jetzt drei neue gesehen Ich glaube fünf neue waren das hier Bei K5 Und Da kommt schon der nächste Ah Da Das Eidams noch hier sein. Eidams noch hier. Eidams noch hier. Gut, das haben wir alle gesehen. Was ist denn hier noch bei? Nein. Boxen. Eine gratisbox. Nein, danke. Aber hier noch was. Gradistieren. Ein Reifen. Hm. Also nichts was ich habe. Gesperrt. Gradist. Was habe ich? Habe ich ein paar Gang? Oder? Fade. Ich will nicht verlieren. Oh, hier. Ich kann was abholen. Ein Meilenstein. Ein Meilenstein. Red Dog. Oh. Habe ich da noch ein schnelleres Auto? Ein K5er. Huach. Ja. Ra. Oder wie das auch ausgesprochen wird. Eins. Eins. Zwei. Drei. Der wird bei mir auch wenig besser. Der ist auch wenig so gut. Drei. Der ist schon ein bisschen besser als der. Vier. Mhm. Vier und fünf. Ich muss da nach Kovac etwas schrauben. Und was habe ich im Studio stehen? den McLaren naja so, jetzt bin ich in den 3er in der Corvette eingestiegen den muss ich jetzt verbessern ich dachte ich könnte was einbauen aber nein den kann ich einverwässern den kann ich einverwässern und den einverwässern gut ah, den kann ich schon einbauen und den kann ich einbauen 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 schön das freut mich weil jetzt wenn ich genug Tank hätte ach, jetzt müssen wir einmal tunen meine die Tuning-Einstellung fehlt jetzt Tuning-Einstellung ach, der geht hier runter ist noch auf plus 730 hier oben und ich meine auf 38 ja 38 also wir fangen da mit 38 1 2 3 4 5 6 7 also 7 stück die hälfte ist dreieinhalb also nämlich 4 1 2 3 4 4 Nitro eingestellt jetzt kommt die Gangzahl jetzt kommt die Gangzahl das geht runter 1 2 1 ok 1 2 immer noch höher immer noch immer noch 2 immer noch 1 ah, hier wird er weniger also ist hier 49 49 49 49 hier war bei den rein ok und jetzt hier schauen da geht er runter hoch hoch runter runter also soll jetzt hier gut das war's eingestellte Sache oh ne, das habe ich gemacht 50 testfahrt prüfstand und dann auf zurück oder ich bin jetzt bei plus 50 anwenden plus 50 plus 50 gut dann einmal aufs rennen gehen mein k das müsste hier sein das wird dann wie geht es wird das ist 4 zack und das ist das ist aber Scheiße, scheiße, scheiße. Ok. Ja. Gute start. Ok, 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 ok. Ok. Busy. Ja. So. Schnell geht das. Jetzt nicht. Gut. Und jetzt. Das war K3 und hier ist ja jetzt K4, ne? Ah, nee, K3. 1, 2, 3. Größe 2. Ranking List. Ist abgeschlossen. Nur noch reguläre Spiele. Okay. Dann mal noch den Einkampf. Und dann. Oh, das ist der Chef. Schauen wir mal, was du drauf hast. Komm schon. Ich glaube, wenn ich die ganzen Ladezeiten hier rausnehmen würde, wäre das Video nur ein paar Minuten. Aber doch, alles gepasst kann. Aber alles perfekt. Okay. So. Das war es denn für heute. Ich habe keine Energie mehr. Noch zweimal gegen ihr gewinnen. Und das wird jetzt nur noch zweimal schwieriger. Oh, oh. Dann muss ich gleich nochmal schauen, ob ich nochmal ein Teil bestellen kann, dass mein Auto nochmal besser wird. Weil eins kann ich bestellen. Also, die beiden sind bestellt. Das Chassis kann ich neu bestellen. Reifen und Gangschalt. Ich glaube, ich glaube, das Chassis ist zwar gut, aber ich glaube, die Gangschaltung ist ein bisschen besser. Oder? Plus 66. Äh, minus 66. Oh, der Interaktions-Hoch und Gewicht. Oh. Die Interaktion wird richtig gut. Ja, dann müsste ich immer perfekte Starts machen. Und alles auf perfekt. Und schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich nehme doch das Chassis. Oder nämlich das teurere, äh, das Getriebe. Obwohl, Interaktions- ist ja schlecht. Also ist dennoch. 35. Plus 35, sag ich jetzt mal. Der ist plus 115. Und der ist plus 66. Und die beiden zusammen könnte ich mir nicht leisten. Ach, Mensch. Ich nehme das Getriebe. In einer Stunde und 30 Minuten ist das da. Gut. Dann wähle ich das Spiel mal. Und sage Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dem ersten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Jetzt noch schnell das Ticket an Persön. Und Tschüssi. Vielen Dank.